Hey Kinders, was geht bei euch ab? Halt, stopp, doch nicht losgehen. 6000 Abonnenten. Hey! Ich hab irgendwie in letzter Zeit nicht so viel gelacht. Bautsch, guau, guau. Das war jetzt eigentlich ein ziemlicher Selbstdisk. WTF? Entsprechend natürlich nicht der Wahrheit. Scheiße, man, ich hab nur, keine Ahnung, 20 Stück oder sowas von diesen Funzeldingern. Aber nochmal für die Kamera. 6000! Hey! Alles in der Tastatur, nein. Wir haben es geschafft, 6000 Abonnenten. Das ist ja fast schon 40.000 eigentlich, also wenn man aufrundet. Ich dachte mir, zur Feier des Tages mach ich das Ding wieder dran. Fuck, ist das schon vertrocknet und alt, ey. Ich spiele ja so eine komische Anspielung, ey. Zur Feier des Tages, eine Versuch-Nicht-Zu-Lachen-Challenge. Ihr wisst, dass ich bei sowas extrem gut bin. Mich bringt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts zum Lachen. Los geht's. Ja! Ja! Du weißt, life is not easy, wenn you're a single father. Mhm. Bitte. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point. At real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president. Ich hab überhaupt nicht gelacht. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Mhm, mhm, mhm. Thank you. Now watch this drive. Ich hab aber gar nicht gelacht, zum Glück. Ich hab nur, ähm, ich hab Asthma. Und da muss ich manchmal so krummig ausatmen. Okay. Verstehen wir uns da richtig? There's a reason that women live longer, Mark. Let me tell you. It is because we are stronger and we are happier at the end of the day than most men. And that is factual and you know it. When men are married to women who scream like you, they just want to die sooner. Äh. 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 That burnt, bitch. Hart. Hart, aber fair. Ja, und zum Glück hab ich keine Miene verzogen. You know what DK stands for? Donkey Kong? Drift King. Drift. What do you mean, Drift? Äh. Ich hab, sowas ist nicht lustig. Hört auf, darüber zu lachen. Sowas kann echt schlecht drüber kommen. Also, das ist, solche... Äh. Mal gucken, was als nächstes kommt. Phil, I use this remote control to contact life call. What? Just press this button and speak into the air and... I'm having chest pain. Na, 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 wer wird denn da rauchen? Nicht vergessen, heute ist Livestream ab 19.30. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag sind meine Livestreams ab 19.30. Schaut rein. Gleich geht's los. Oh, nein. Also, meines Wissens ist es gar nicht so gesund, Zigaretten zu essen. Also, so für euch als Tipp, lieber nicht. Oh. I went to the end of this diary. Aber ich hab überhaupt gar nicht gelachtelnd wieder. I put a whole bag of jelly beans up my ass. Hey, how you doing, love mommy? Let me whisper in your heel. Tell you something, that you might like to hear. It's free real estate. Hahaha. Hahaha. Ach, scheiße. Und wieder war es nur ein Luftzug, der dieses Geräusch entstehen hat lassen. Hör den. Also, ich hab ihn gehört. Sometimes I dress up my dog in my sister clothes and pretend it's my sister when I fuck it. Does this make my dog a role player? Chaps bang one, two, three, kappa. But along came the Michelin man, who reminded them, their right tire changes everything. Hahaha. Hahaha. Das hab ich noch nicht gesehen, diese Werbung. Changes, baby. Ah, shit. Nooo. Darf man bei so einer Challenge eigentlich so machen? So ein fröhliches Gesicht? Ich mein, das ist ja nicht gedacht. Jeder kennt das, oder? Man fährt jemandem auf, er rückt nach hinten durch den Rückspiegel, man macht so. Und fährt dann langsam davon. Das darf man bestimmt. Oh no, what are you doing? Guck mal, sie, sie riecht es unheimlich. Mmmh. Habt ihr das, habt ihr das gesehen? Also ich, wenn, man sieht in ihrem Gesicht am Anfang, man, sie denkt sich, oh, was hab ich denn da gemacht, guckst du, oh, aber sie hat es unter Kontrolle. Genau da sieht man den Spaß in ihrem Gesicht. Da ist es so, aber dann. An der Stelle denkt sie, möglicherweise, vielleicht kann ich noch zurück. Und da weiß sie, fuck, my vagina is gonna get hurt. Like hell. Und dann guckt sie, und dann ist er Blick in die Kamera, ah, ah, my dick. Das, das war, das war einfach nur impressive. Fucking impressive. Nein, der, wenn die da. Oh Gott. Das hat sich nach dem typischen Freund von damals angehört, der immer sofort übertrieben hat. Aber ich hab mir nicht gelacht. Jeder hat so einen Kumpel, ne? Man will jemandem aus dem Weg gehen, geht einen Schritt zurück, schubst ihn dabei, also römpelt ihn an. Und er wird dadurch circa so gegen die Wand gelehnt. Und er, du hast fast mein Genick gebrochen. Könntest du mir in advance pay? Ah, die Amerikaner wieder, ne? Ah, die Amerikaner wieder, ne? Ask a child if... Ah, ah, ahem, ahem. Oh, try me, bitch. Oh, what do we got here? Oh, did you see? Think this coffee is strong? Ist das der rote Baron? Ich glaube, das ist der Rote Baron! Das war, das war eine, eine unerwartete Abfolge gewisser Umstände. Shit! Hört euch den Schlag an! Oh! Wie lange hat das Kind danach noch gelebt? Noch so einer, der so cool sprechen kann! Das ist aber schee! What the fuck! What the fuck! Burglars! Everybody in the house is being stabbed to death right now! Child Porn? Child Porn? Der Hund ist abgerichtet, ne? Does that mean we're going on a walk? Child Porn! I hear it! Emma! Will! Debbie! Yes! Free your mind! Oh no! Woah! 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 I think the ball will explode! Oh my gosh! Haaaah! 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 Gott, wartet kurz. Ich bin gerade so traurig auf einmal. So eine Sekundentränenhaftigkeit, weißt du? Die trifft einen hart, wenn man nicht gelacht hat. Wenn man lange Zeit nicht gelacht hat. Vielen Dank für die 6000 Abonnenten. Kinder, wir sind schon so groß. Wir sind schon so viele. Wir haben schon so einen Einfluss. Wir haben es gerade vor kurzem zur Schau stellen können. Wir haben mit Twilocks innerhalb von wenigen Stunden Kontakt aufnehmen können. Weil ihr auf Twitter und hin und her einfach total krass unterwegs seid. Auf Instagram, Facebook, YouTube. Wir sind total brutal unterwegs. Vergesst den Livestream nicht. Heute ab 19.30 Uhr. Es geht also eigentlich gleich los. Falls ihr gelacht habt, müsst ihr leider einen Daumen nach oben geben. So sind die Regeln. Ich weiß, ihr hasst es einfach, das zu machen. Aber ihr habt halt verloren in dem Fall. Wenn ihr nicht gelacht habt, dann glaube ich euch das nicht. Ihr habt nämlich doch gelacht. Ich sehe es schon kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was glaubst du? Ich glaub dein Bein ist verdreht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.